Man darf, glaube ich, Arbeit in Zukunft nicht normieren, sondern man muss verstehen, dass es in jedem Unternehmen unterschiedliche Arbeitsstile und Mobilitätsstile gibt. Also es gibt gewissermaßen Jäger und Sammler, es gibt Sesshafte und es gibt neue Nomaden. Und das sind verschiedene Typologien, die wir im Laufe der Menschheitsgeschichte erlernt haben und die sich auch in einer Arbeitswelt abbilden. Also in allen modernen Firmen haben Sie Menschen, die dauernd im Außendienst tätig sind, die dauernd unterwegs sind und die dann vielleicht so etwas wie ein Hub brauchen, eine Höhle, wo sie sich einklinken können, wenn sie in die Firma kommen. Es gibt aber auch Menschen, die es eben lieben, sich zu umgeben mit einer Arbeitslandschaft, in der sie fixiert sind und diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu bedienen, die ja dann auch im Laufe eines Lebens sich verändern. Wenn die Familiensituation da ist, haben die Menschen ganz andere Bedürfnisse oder Notwendigkeiten von Arbeit. Und Flexibilisierung heißt eben nicht, dass alle gleich flexibilisiert werden, sondern dass man diese unterschiedlichen Zugänge zur Arbeit fruchtbar macht im Sinne des Unternehmens.